Ora et Labora – ein Aufbauspiel von Uwe Rosenberg mit Illustrationen von Clemens Franz für 1-4 Spieler ab 12 Jahren. Dauerlaut Hersteller 120 bis 180 Minuten. Erschienen bei Lookout Spiele. Worum geht's? Ora et Labora – bete und arbeite. Wir führen als Vorsteher ein Kloster im mittelalterlichen Europa. Durch Warenproduktion, Veredelung und Verkauf versuchen wir unser Kloster zu erweitern und unseren Einfluss auszubauen. Spielvorbereitung – spielerabhängigen Spielplan auslegen – das Ertragsrad auf den Spielplan stecken – die sieben Warenanzeige auf das Feld mit der Wertigkeit Null legen. Nun wird entschieden, ob mit der Frankreich- oder Irland-Variante gespielt wird. Gebäude aussortieren, die nicht zur Spieleranzahl passen. Danach die Gebäude auf die gewählte Variantenseite drehen. Nun werden die Gebäude sortiert. Das Bibelsymbol zeigt die Startgebäude. Buchstaben A, B, C und D stehen für die entsprechenden Spielabschnitte. Startgebäude offen neben den Spielplan. Die restlichen entsprechend der Buchstaben in die Einbuchtungen des Spielplans legen. Warenanzeiger für Stein in die Ausbuchtung, wie auch in der Frankreich-Variante der Marker für Trauben. Der Gebäudestein kommt auf das Rad vor den Stapel mit den A-Gebäuden. Jeder erhält einen Plan Kernland, auf den zwei Moor- und drei Waldkarten gelegt werden. Drei Geistliche in einer Farbe, einen Prior und zwei Laien. Acht Siedlungskarten der eigenen Farbe. Die vier Buchstabenkarten werden auf die Stapel neben dem Spielplan gelegt. Die anderen neben das eigene Kernland. Eine Spielübersicht der gespielten Variante und als Startwaren je. Einmal Lehm, Holz, Torf, Vieh, Getreide und Geld. Die zusätzlichen Landstriche und Areale werden nach ihren Kosten von günstig zu teuer sortiert und bereitgelegt. Startspieler wird ausgelost. Er bekommt den Startspieler-Marker mit der Seite, die eine Münze zeigt, in der ausgewählten Variante. Restliche Waren bereitlegen. Spielablauf. Ora et Labora wird über mehrere Runden gespielt. Eine Runde besteht aus fünf Teilen. 1. Geistliche zurücknehmen. Sollten alle drei Geistlichen in Gebäuden sein, kommen diese zum Spieler zurück. 2. Ertragsrad drehen. Das Ertragsrad wird um eine Position in Pfeilrichtung gedreht. 3. Siedlungsphase. Sollte der Radbalken den Gebäudestein weiterschieben, wird das Spiel für eine Siedlungsphase unterbrochen. Hier wird zuerst der Gebäudestein auf den nächsten Buchstaben gesetzt. Jeder kann nun maximal eine Siedlung aus seinem Vorrat bauen. Anschließend werden die Karten des aktuellen Buchstabens ausgelegt. 4. Aktionen. Jeder hat im Uhrzeigersinn nun eine Aktion. Der Startspieler der Runde hat am Ende noch eine zweite Aktion. Folgende Aktionen stehen zur Wahl. h. Einen Geistlichen bei sich einsetzen oder einem Mitspieler einen Arbeitsauftrag geben, um ein Gebäude zu nutzen. b. Holz oder Torf entsprechend dem Ertragsrad nehmen und eine Landschaft in einen Bauplatz umwandeln. c. Gebäude aus der Auslage bauen, wenn die Kosten bezahlt werden können und ein Bauplatz frei ist. c. Zusatzaktionen, die vor oder nach der eigentlichen Aktion gemacht werden können. c. Getreide in Stroh umwandeln, indem die Plättchen gedreht werden. c. Münzen mit gleichem Wert wechseln oder Wein, Whisky in Geld tauschen. c. Einmal pro Spielzug und einmal pro Siedlungsphase eine Landschaft erwerben. c. Startspielerwechsel Startspieler-Marker im Uhrzeigersinn an den nächsten Spieler weitergeben. Spielende Nach 24 Runden folgt eine letzte Bonusrunde. Alle bekommen den Prior zurück, falls er eingesetzt ist und haben noch eine finale Aktion. Anschließend folgt die fünfte und letzte Siedlungsphase, nach der die Wertung folgt. Wer nun die meisten Gesamtpunkte hat, gewinnt. Wer nun die vier Steig Ж Centium